Razer Black Widow V3 Pro Die legendäre mechanische Gaming-Tastatur erreicht die nächste Evolutionsstufe. Die weich gepolsterte Handballenauflage entlastet die Handgelenke, damit auch bei längeren Gaming-Sessionen keine Ermüdungserscheinungen auftreten. Die kabellose Gaming-Tastatur ist ausgestattet mit modernster Technologie für praktisch latenzfreies Gaming und hyperschnelle Eingaben. Ermöglicht wird dieses durch ein optimiertes Datenübertragungsprotokoll. Eine ultraschnelle Funkfrequenz und sehr viel Datenverkehr. Razer Hyperspeed bietet beste kabellose Performance beim Gaming oder man wechselt zu Bluetooth und verbindet bis zu drei Geräte. Mit nur einem Schalter kann man ganz leicht zwischen ihnen hin und her schalten. Das vollkommen durchsichtige Design ermöglicht eine noch hellere RBG-Beleuchtung und zeigt die wahre Brillanz von Razer. Außerdem reagiert die Tastatur dynamisch auf über 150 kompatible Spiele. Dank eines Double Shuts Gussverfahren kann die Beschriftung niemals abnutzen und die Tastenkappen dieser Gaming-Tastatur haben extra dicke Seiten, wodurch sie extrem robust und ideal für den täglichen Gebrauch sind. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal.